Hallo, wir sind Michaela Christ und Ingemar Pohl, die Gründer von Sports Athletic. Unser Ziel ist, die Handballer dieser Welt leistungsfähiger und gesünder zu machen. Ich bin Athletiktrainer und habe selbst 28 Jahre lang Handball gespielt. In dieser Zeit habe ich viele Spielerinnen und Spieler aufgrund von Verletzungen und Verschleißerscheinungen mit Handball aufhören sehen. Das hat mich immer so geärgert, weil in den meisten Fällen lässt sich das durch gezieltes Training verhindern. Deshalb haben wir die weltweit erste Athletik-App speziell für Handballer entwickelt. Es ist uns wichtig, vor allem auch Amateurhandballern Zugang zu hochwertigem Athletiktraining zu geben. Mit der Sports Athletic App erhält jeder Handballer ab dem Jugendalter zu 100% für ihn persönlich erstellte Athletiktrainings als Ergänzung zum Mannschaftstraining. So kann jeder seine persönliche Bestleistung im Handball erreichen und dabei gleichzeitig so verletzungs- und beschwerdefrei wie möglich bleiben. Wir sind die Handball Athletik App. Wir sind Sports Athletic.